Hallo zusammen! Am Samstag, den 6. Mai, findet in Wetzlar ein ganz, ganz tolles Charity-Event der Space-Party-Crew Against AIDS statt. Es wird tolle Live-Musik geben, es werden tolle Gäste erwartet, wie beispielsweise Handball-Weltmeister Heiner Brand oder die Olympiasiegerin im Hochsprung Ulrike Nasse-Malfahrt oder auch der Judo-Weltmeister Alexander Vitschacek. Alle Erlöse werden komplett gespendet. Und wenn das für dich interessant klingt, dann bestell dir doch Tickets auf info at spacepartycrew.de und sei live dabei!